So, nach langem Hin und Her habe ich mich noch entschlossen, noch ein bisschen weiter zu spielen. Vor allem der große Spaß, denn dieses Spiel macht, den wollte ich mir weiterhin geben. Und außerdem bin ich so gespannt, wie viele tolle Levels ich will noch erleben werden darf. Schöner Schuss. Treffer. Wow. Waffenbonus. Aufpassen. Wow. Oh, ist eilig. Schöner Schuss. Voll ins Schwarze. Sonnenbrille neu laden. Das ist Schießen auf höchstem Niveau. Schöner Schuss. Sobald es die Luft anhalt, wird das nachgeladen, dass sie nicht spät sind. Nicht getroffen. Achtung. Wurter Schuss. Bär unendlich untereinander. Wahnsinn. Wow. Neu laden. Nein. Vorsicht. Achtung. Wo ist der Bär? Schau dir den Hirsch ab. Schöner Schuss. Schau dir den Hirsch an. Neu laden. Hör dir die Augen auf. Oh, wieder ein größtes Magazin. Gut. Du hast deinen Lauf. Volltreffer. Gut. Elch. Neu laden. Ah, das ist mal ein Ziel. Da wäre es. Ich baue es. Was ist das Ziel an? Wo ist der Kerl? Ich sehe den Elch nicht. Schöner Schuss. Wieder ein Level geschafft. Man merkt, die Spannung nimmt zu. Der Finger zittert am Abzug. Nicht getroffen. Gut. Achtung. Elch. Großes Magazin. Sonnenbrille. Der Mund und wer? Ja. Und ein Elch. Wo sind sie? Für das ist der Welt. Das ist Weltklasse. Toll. Vorsicht. Vorsicht. Oh. Oh. Ich komme nicht ran. Wie ist das denn? Das ist der Elch. Atmungskontrolle verfügbar. Und da ist Waffenbonus. Schöner Schuss. Das ist Schießen auf höchstem Niveau. Riesenhirsch. Voll ins Schwarze. Shooting und nach allem. Treffer. Wow. Vorsicht. Bär. Vorsicht. Waffenbonus. Treffer. Toll. Bär. Vorsicht. Ja. Aua. Sehr gut. Neu laden. Kann ich rechtzeitig laden? Guter Schuss. Mit dem Einzigen. Aufpassen. Wow. Kopfschuss. Gut. Kopfschuss. Hattde ich auch noch nicht oft. Neu laden. Und ein Viech fehlt mir noch. Halte die Augen offen. Zum großen Glück. Ja man merkt, das ist so viel spannender geworden inzwischen. Das Spiel ist sein Geld auf jeden Fall wert. Schießen im... Großes Magazin. Akkord. Halte die Augen offen. Und der Nebel. Realismus. Sehr gut. Das ist Schießen auf höchstem Niveau. Schöner Schuss. Atmungskontrolle. Dafür. Waffenbonus. Ach Mann. Gut. Was für ein Geweih. Wieder daneben. Zielen. Guter Schuss. Neu laden. Gut. Waffenbonus. Noch ein Grisel unterwegs. Wow. Schöner Schuss. Vorsicht. Ach, das ist der Elch hier. Mal. Sehr gut. Treffer. Guter Schuss. Wo ist der Grisel? Aufpassen. Was? Wartungskontrolle. Verfugbar. Das ist Weltklasse. Gut. Treffer. Sonnenbrille. Zielen. Lungenschuss. Wer hat im allherlichen Sinn? Was für ein Hirsch. Schnellschussbonus neu laden Spaß, tschak, 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 bau Lungenschuss, guter Schuss, das ist Weltklasse, großes Magazin Großes Kino haben wir hier Schon wieder ein Bär, also Guter Schuss, Achtung, Brillenbonus Sehr gut, Herzschuss, guter Schuss Zack, kein reines Ballenspiel, aber jetzt macht es tatsächlich fun, weil man doch recht schnell schießen kann, nicht dauernd nach Und genügend funieren Schöner Schuss Großes Magazin Es nähert sich, gut Wieder daneben Ringsen, Hirsch Gut, Vorsee, gut Da ist der Vorsicht, der neuen Vorsicht Ah, da noch nicht Ja Ja Neu laden Schöner Schuss Wow Großes Magazin Schöner Schuss Was für ein Hirsch Waffenbonus Da läuft mein Waffenbonus Schöner Schuss Gut Schöner Schuss Glammt Scheißer Adler Schöner Schuss Großes Magazin Guter Schuss Elch Schöner Schuss Sehr gut Großes Magazin Guter Schuss Elch Guter Schuss Weltklasse Schuss Weltklasse Schießen Treffer Jetzt habe ich dich, du Bastard Wahnsinn, mein erster Adler Und am besten wir beenden hier wieder Ne, machen wir noch schnell eins Ist grad so komisch Kopf hoch Sehr gut Atmungskontrolle Hier daneben Schieß Boah Kopf hoch Waffenbonus Sehr gut So, jetzt kann ich nicht mal erholen Das war jetzt echt scheiß, ne? Brillenbonus Achtung Gut Schöner Schuss Toll Sehr gut Du triffst jedes Mal Achtung Waffenbonus Ja, Waffenbonus Guter Schuss Schau dir den Hirsch an Vorsicht Voll ins Schwarze Gut Sehr gut Was für ein Hirsch Aufpassen Waffenbonus Toll Guter Schuss Aufpassen Guter Schuss Guter Schuss Fuck Scheiße, Scheiße Nein Nein Wieder Perfekt Um Einen neuen Part Anzufangen So, dann beende ich das Traurige Spiel Mal für eine Zeit Ich habe jetzt eigentlich keine Lust Danach weiter zu spielen Ähm Es dürfte sich auch nichts mehr groß verändern Und darum Bis dann